Tagesdosis Woodstock und die Staatsterroristen Ein Kommentar von Hermann Plopper Woodstock, Woodstock überall Nach 50 Jahren wittern so manche spießige Geschichtsrevisionisten die Chance, alles rund um die 1968er-Generation endgültig in die Schmuddelecke zu zerren oder am liebsten ganz aus dem kollektiven Gedächtnis zu tilgen. Da ging ja alles drunter und drüber, heißt es jetzt. Das sei eine einzige Katastrophe gewesen. Und diese Müllberge, Heuchler, diese Hippies. Die heilige Greta vom Tumpberg hätte denen aber die Leviten gelesen. Ja, sogar frauenverachtend seien sie gewesen, jene Blumenkinder. Fehlt nur noch, dass die Woodstock-Besucher als anti-amerikanisch und vielleicht gar auch noch als antisemitisch eingestuft werden. Auf der nach oben hin offenen Verblödungsskala ist einfach alles möglich. Und der Kopf der englischen Sauf-und-Rauf-Kombo The Who, Pete Townsend, der mit dem Gitarren verbrauchenden Rotor-Schlagarm für die Derben-Akkorde, findet in der Frankfurter Rundschau, dass alles an Woodstock schlicht scheiße war. Stimmt, er und seine Holzfäller-Kollegen von The Who haben tatsächlich in Woodstock ein Konzert gegeben. Und da kam auch Politaktivist Abby Hoffman von der Yippie-Partei auf die Bühne und wollte während des Konzerts auf das skandalöse Horror-Urteil gegen den Vorsitzenden der White-Panther-Partei, John Sinclair, zehn Jahre verschärften Knast für zwei Joints, aufmerksam machen. Rambo Townsend hat Abby einfach vermöbelt. Zwei Welten, die einander nicht verstehen. Biertrinker Townsend über Woodstock herziehen zu lassen, das ist, als wenn man einen Schlachtermeister bitten würde, Gourmet-Kritiken über ein Vegetarier-Restaurant zu schreiben. Warum kamen denn überhaupt eine halbe Million zum Festival nach Woodstock, obwohl nur 50.000 Besucher erwartet wurden? Es wären ja noch viel mehr gekommen, wenn nicht schon alle Zufahrtswege im Bundesstaat New York hoffnungslos verstopft gewesen wären. Warum? Das kann man nicht verstehen, wenn man nicht ausreichend heranzoomt, was in den 60er Jahren in den USA wirklich los war. Schon mal vorweg, Woodstock war eine gigantische politische Demonstration Demonstration, für eine Welt im Frieden, für eine Welt ohne Rassendiskriminierung und nach all dem grässlichen Terror, mit dem Vertreter eines besseren Amerikas mit blauen Bohnen aus dem Weg gepustet wurden, nach all den Massakern gegen friedvolle Demonstranten, hatte man sich darauf verständigt, auf eine Weise zu demonstrieren, die nicht sofort zu brutalsten Repressionen führen würde, wo man bei gesundem Menschenverstand nicht sofort die Keule schwingen konnte. Ich gebe zu, auch ich selber habe erst vor wenigen Jahren mitbekommen, um wie viel brutaler die Linke gegen Kultur in den USA niedergeschlagen wurde, als bei uns in der beschaulichen Konsensdemokratie der 1960er Jahre Bundesrepublik. Die deutschen Polizeibeamten waren im Straßenkampf praktisch nackt, wenn man das mit heute vergleicht. Sie droschen mit Schlagstöcken auf uns ein und waren mit der neuartigen Situation schlicht überfordert. Es gab in der ersten, noch spontanen Phase des 68er-Widerstands lediglich einen Toten durch Polizeiaktionen zu beklagen, nämlich den Berliner Studenten Benno Onesorg. Ganz anders das Bild in den USA. Schon immer gab es die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Angehörigen verschiedener Ethnien in den USA. Besonders schlimm war bekanntlich die Gewalt gegen Afroamerikaner und Juden. Diese Gewalt ging sowohl von der Polizei wie auch von sadistischen Mitbürgern aus. Das Lynching von Schwarzen gehörte noch bis in die frühen 1960er Jahre zur Folklore der US-Südstaaten. Als nun die schwarzen Führungspersönlichkeiten wie Malcolm X oder Martin Luther King ermordet wurden, war das fast jahrzehntelanger Demütigung übergelaufen. Bei sogenannten Rassenunruhen, Negerkrawalle sagte man damals in Deutschland ganz unbedarft, kamen in Newark im Jahre 1967 26 Menschen zu Tode, Hunderte von Menschen wurden verletzt. Im selben Jahr wurden in der Autostadt Detroit 43 Afroamerikaner durch Polizeigewalt ermordet und es blieben 1189 Verletzte auf der Strecke. 7000 afroamerikanische Bürger wurden ins Gefängnis verbracht, allein nur in Detroit. Und als im Frühjahr 1968 der Führer der Bürgerrechtsbewegung, der Friedensnobelpreisträger Dr. Martin Luther King, ermordet wurde, folgten ihm bei Protestkundgebungen noch einmal neun Demonstranten mit ins Grab. Als im Spätsommer 1968 die Partei der Demokraten ihren Konvent in Chicago abhält, um ihren Präsidentschaftskandidaten zu küren, setzt die Regierung gegen die friedlichen Protestdemonstranten schwerste Infanterie- und Luftwaffe ein. In Zahlen 6000 Nationalgardisten, also Soldaten des US-Bundesstaates Michigan, dazu 6000 Soldaten der US-Bundesarmee und der 101. Luft-Landedivision. Diese Herrschaften in voller Panzerung kamen mit Flammenwerfern und Bazookas, raketengetriebene Geschossrohre, mit denen Panzer gesprengt werden, daher. Zudem wieselten 1000 Agenten des FBI sowie des Militärgeheimdienstes DID durch die Stadt. Die Angst der Mächtigen konzentrierte sich darauf, dass sich womöglich die weißen Studenten mit den diskriminierten Afroamerikanern Chicagos solidarisieren könnten. Also belagerten die armierten Bürgerkrieger die schwarzen Wohnviertel besonders scharf. In der Schlacht in der Michigan Avenue wurde der Demonstrant Dean Johnson erschossen. Noch im Mai 1969 sollte es noch schlimmer kommen. Der miserable Schauspieler viertklassiger Filmchen Ronald Reagan beschloss, in die Politik zu gehen, bevor er in Hollywood keine Knallchargenrollen mehr bekommen würde. Er ließ sich zum Gouverneur von Kalifornien wählen. Frustrierte Dorfmutzer konnte erködern mit Sprüchen, die Studenten in der Universitätsstadt Berkeley seien allesamt, Zitat, Kommunistenversteher, Protestler und sexuell perverse, Zitat Ende. Da wollte er mal als Mr. Saubermann so richtig aufräumen. Gesagt, getan. Die Studenten und Bürger von Berkeley hatten mit viel Liebe einen Volkspark angelegt, der allen Bürgern zur Verfügung stehen sollte. Am sogenannten Blutigen Donnerstag, dem 15. Mai 1969, ließ Reagan den Volkspark durch Sperrmauern verbarrikadieren und die liebevoll angelegten Blumenbeete, Bäume und Hecken zerstören. Erkennbar eine gezielte Provokation, um die Bürger von Berkeley aus der Reserve zu locken und dann medienwirksam zusammenzustauchen. Die Bürger sind wütend und 6000 Menschen versammeln sich um den ruinierten Volkspark. 800 Polizisten in voller Kampfmontur stürzen sich auf die geschockten Menschen und schießen den Flüchtenden noch hohe Dosen von Kampfgasen in den Rücken. Der Student James Rector wird erschossen. Nun steht die ganze Stadt Kopf. Reagan hat jetzt seine Entscheidungsschlacht. Er ruft den Notstand aus und holt 2700 Nationalgardisten nach Berkeley, die nun die Stadt zwei Wochen lang belagern. Eine Neubepflanzung des Parks wird mit Gewalt verhindert. Die Redaktionsräume der alternativen Zeitung Berkeley Tribe werden von außen mit Kampfgas ausgeräuchert. Am 20. Mai fliegt die National Guard Hubschrauberangriffe gegen Berkeley und besprüht die ganze Stadt mit Tränengas. Nicht nur Berkeley wird Opfer der Profilierungssucht von Ronald Reagan. Die Flower Power Metropole San Francisco wird über Jahre hinweg Opfer militärischer Attacken. Solange bis auch dem letzten Hippie die Lust am Frieden vergangen ist. Die Stadt wird zudem mit Heroin überschwemmt. Aber Ronald Reagan hat unter Beweis gestellt, dass er der geeignete Mann ist, um als zukünftiger Präsident die gesamten Vereinigten Staaten von Friedensfreunden zu reinigen. Der Vietnamkrieg zerreißt die Gesellschaft der USA. Die Spaltung geht quer durch Familien, Gemeinden, Bundesstaaten. 60.000 wehrpflichtige junge Männer aus den USA verlieren im Dschungel von Vietnam ihr Leben. Selbst in den allerhöchsten Elite-Zirkeln wie dem Council on Foreign Relations oder in der exklusiven Studentenbruderschaft Skull & Bones an der Elite-Uni Yale fetzen sich die Diskutanten im Für und Wider des Vietnamkriegs. Und die führenden Köpfe des anderen, des friedvollen Amerikas werden reihenweise abgeschossen wie die Tontauben. John F. Kennedy, sein Bruder Robert Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, um nur die Prominentesten zu nennen. Für den Frieden zu kämpfen ist in den USA jener Jahre lebensgefährlich. Auch die Leitfiguren der Popkultur leben auffällig kurz, wenn sie sich politisch klar artikulieren für Frieden und Gerechtigkeit. Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix und spät erst erwischt Oberbeetle John Lennon. Wonder what can a poor boy do than to play in a rock'n'roll band, fragen sich nicht nur die Rolling Stones. Man kann sich zum Beispiel erst mal bei einem scheinbar unpolitischen Musikfestival treffen und erholen und die Stärke durch Gemeinsamkeit erleben und genießen. Und hoffen, wenigstens dabei, nicht von diesen psychisch vollkommen gestörten Redneck-Amerikanern belästigt zu werden. Also, ab nach Woodstock. Aber man kann ja nie wissen, wenn für diese Schraubköpfe schon das Pflanzen von Blumen und Bäumen ein subversiver Akt zu sein scheint? Und dafür, dass nun auf einmal zehnmal mehr Leute in Woodstock sind als geplant, läuft alles absolut super. Solidarität kann organisatorische Mängel locker überwinden. Und schon dient sich das Establishment wieder an. Der Gouverneur des zuständigen Bundesstaats New York, Nelson Rockefeller, ruft die in den Massen eingekesselten Woodstock-Veranstalter an und fragt, ob er zur Aufrechterhaltung der Ordnung 10.000 Soldaten der Nationalgarde vorbeischicken soll. Die Veranstalter lehnen dankend ab. Nelson Rockefeller gehört zum gemäßigten Ostküsten-Establishment und im Gegensatz zum profilierungssüchtigen Ronald Reagan an der Westküste respektiert Rockefeller den Willen der Veranstalter. Dennoch helfen Abteilungen der benachbarten Stuart Air Force Base netterweise mit Sanitätern und Hubschraubern bei der Organisation des Mega-Festivals. Man kann sagen, gerade weil keine Security auf dem Platz ist, blieb alles schön friedlich und entspannt. Beim nachfolgenden Altamont-Festival im Dezember 1969 sind Hells Angels als Security da und prompt geht alles in die Hose, weil man den Bock zum Gärtner gemacht hatte. Trotzdem kam auch Woodstock anscheinend nicht ohne die gefürchtete staatliche Repression aus. Denn über das Festivalgelände schwebten zwei Flugzeuge und ihnen entströmte eine undefinierbare Gaswolke, wonach sich das Wetter zu der bekannten Szene verdichtete, wo die Roadies schnell alle Planen einräumen und das Equipment in Sicherheit bringen, weil der Sturm sonst die Beschallungstürme umgeschmissen hätte. Und wir Dovis sitzen Jahre später gemütlich im Kino und lachen uns schimmlig, als in dem legendären Kinofilm über das Jahrhundertfestival die Leute skandieren No Rain, No Rain. Ja, wie? Kann man denn einfordern, dass der Regen jetzt aufzuhören hat? Sind diese Hippies bescheuert? Nee, sie sind nicht bescheuert. Sie wissen, dass hier eine Leistungsschau zeitgenössischer Wettermanipulationskünste abgehalten wird. Das ist nämlich überhaupt keine Kunst, mal eben mit einer Silber-Jodid-Mischung Regen oder auch Gewitterstürme zu erzeugen. Schon im Jahre 1955 sollte in der beliebten US-Fernsehshow What's Your Line, die in Deutschland als heiteres Beruf erraten Was bin ich? übernommen wurde, ein hauptberuflicher Regenmacher geraten werden. Das ist nichts Besonderes mehr. Auch in Deutschland setzen sich Winzer, wenn es zu lange nicht geregnet hat, in ihr einmotoriges Piper-Flugzeug und bringen über die Weinstöcke Silber-Jodid aus. Und die US-Luftwaffe hatte in der Operation Popeye in Vietnam über den Ho Chi Minh Pfad eine garstige Soße ausgebracht, die die Regenintensität erheblich verstärkt hat. Die Monsoon-Saison wurde auf diese Weise um sechs Wochen verlängert. Das sollte den Vietcong den Materialnachschub erschweren. Diese üble Wettermanipulation hat allerdings physikalisch nichts mit Chemtrails zu tun. Das ist eine andere Baustelle. Nachdem auch diese garstige Wettereinlage kein Chaos mehr auslösen konnte und die Festivalbesucher ruhig und diszipliniert blieben, stand der Freude über die Konzerte nichts mehr im Weg. Heutige neunmal gescheite Schreiberlinge aus der Mainstream-Presse wissen ja auch zu berichten, musikalisch sei Woodstock ein Desaster gewesen. Den Tontechnikern gelang es jedoch auch die zehnfache Anzahl wie geplant gut zu beschallen. Und die Musiker haben Heldenhaftes geleistet, denn es gab damals noch keine Bühnenmonitore. Auf der riesigen Bühne war es verdammt schwer, sich selber als Musiker zu hören. Deshalb hielt sich Jefferson-Airplane-Sängerin Grace Slick auch ein Ohr zu, um wenigstens die eigene Stimme über ihre Körperresonanz hören zu können. Auch wenn Joe Cocker wie gewohnt etwas spastisch herumpaddelte, er hat das Timing bravourös gemeistert trotz der Schallverzögerungen. Und zu behaupten, Carlos Santana habe schlechtes Mescalin gefressen und habe mit grantigem Gesicht schlecht gespielt, ist er nun vollkommen daneben. Santana ist eigentlich eher ein ungeheuer fleißiger Klangfacharbeiter, ja geradezu ein langweiliger Streber. Bei seinen Gitarren-Soli grimassiert Santana immer wie bei einer Zahnwurzelbehandlung. Doch bei seinem Solo zu dem Stück Soul Sacrifice wachsen ihm Flügel. Santana und sein junger Schlagzeuger Michael Sharif schweben in einer anderen Dimension. Albert Hoffmann, dem Erfinder des LSD, sei Dank. Woodstock ist und bleibt ein Verdichtungspunkt der anderen, der besseren Welt, jener Welt, für die wir uns beschimpfen, diskriminieren und beleidigen lassen. Woodstock zeigt, dass es Menschen gibt, die sich nicht zu Konsumenten und Soldaten zusammenstauchen lassen wollen. Woodstock ist das schillernde Symbol für die Liebe und die Demut, mit der wir unserer Mitwelt begegnen. Für die Erkenntnis, dass wir zusammen mehr erreichen können, als isoliert und allein. Dass es Freude macht, sich gegenseitig zu beschenken. Ich bin stolz darauf, in einer Zeit aufgewachsen zu sein, in der wir fest davon überzeugt waren, dass Unterdrückung und Sklaverei, Diskriminierung und Verklemmtheit nun ein Ende haben würden. Das Feuer der Freude leuchtet weiter.